Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein und wieder einmal war's Zeugnistag. Nur diesmal, dachte ich, stürzt das Schulhaus samt Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt, ich war ein fauler Hund und obendrein, höchst eigenwillig, doch hätte ich niemals geglaubt, so ein totaler Versager zu sein. So ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich nur, jetzt ist alles aus, nicht einmal eine Vier in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie, schön bunt sah nicht schlecht aus, ohne zu prallen. Ich war vielleicht ne Niete in Sport und Biologie, dafür konnt ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnt ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus, die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus, da stand ich nun allein, stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen und lehnte sich zurück, voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. Die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück, diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, das hier ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen. Komm Junge, lass uns gehen. Ich hab noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin. Namen Tabellentheorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich für mich in den Jahren herausgesiebt, die eine nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es richtig war, dass meine Eltern mich da rausholten. Und wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind. Wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holz sind. Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind. Eltern, die aus dem Holz geschnitten sind.